Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht-der-Weisheit-letzter-Schluss. Dieses Mal so ein bisschen in eigener Sache. Es geht nämlich darum, wie ihr einen M23-Server installieren könnt. Also es gibt verschiedene Varianten. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie das mit dem neuen M23-Installationsmedium funktioniert. Ja, es gibt jetzt ein neues M23-Server-Installationsmedium. Das, was es vorher gab, das ist doch schon in die Jahre gekommen und hat eigentlich bloß einfache Fälle abgedeckt, sodass man wirklich bloß einfache Setups damit machen konnte. Von daher haben viele von euch wahrscheinlich sowieso erstmal ein Debian installiert nach euren Vorstellungen und ein M23 nachinstalliert. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen einfacher für euch zu machen, jedenfalls wenn ihr ein neues System aufsetzen wollt, gibt es jetzt ein brandneues M23-Installationsmedium, was jetzt auch 64-Bittig ist. Vorher war es 32-Bitt. Und es verwendet jetzt den Debian 12-Installer von dem Debian 12-Netzwerk-Installations-ISO. Das Ganze ist modifiziert. Es gibt auch ein Video dazu, wo ich dann erkläre, wie ich das modifiziert habe, wie ihr auch selbst Modifikationen an so einem ISO vornehmen könnt. Dann einmal in Kurzform, was das Ganze jetzt macht, im Gegensatz zu dem normalen Installations-ISO. Es installiert wirklich bloß die für M23 nötigen Pakete. Also ihr habt da keinen Ballast mit grafischer Oberfläche bei oder sonst irgendwas. Das ist eine reine Installationsvariante für M23, nicht, dass ihr hinterher einen Desktop habt. Nach dem ersten Starten wird ein Skript runtergeladen, also von meiner Webseite großhabermann.de, was die eigentlichen M23-Pakete runterlädt, konfiguriert und das System so einrichtet, dass ihr einen M23-Server habt. Dieses Installationsmedium ist geeignet einmal für die Direktinstallation auf einem Server, also dieses Bare Metal oder direkt auf Blech. Oder ihr könnt es auch in einer Vollvirtualisierung, also einer Virtualisierungslösung, die einen kompletten Rechner emuliert installieren, also zum Beispiel VirtualBox, KVM oder was es sonst noch so alles gibt. Das funktioniert natürlich nicht in einer Containervirtualisierung. Ja, dafür braucht ihr eine Internetverbindung für die Installation und ja, eigentlich auch für den Betrieb, denn normalerweise ist es so, dass die Pakete, die ihr auf einem M23-Client installieren möchtet, aus dem Internet runtergeladen werden. Es gibt zwar auch die Möglichkeit, einen M23 unabhängig vom Internet zu betreiben, indem man Paketpools auf dem M23-Server ablegt, also dafür braucht ihr natürlich noch wieder die Internetverbindung und dann habt ihr wirklich alle Pakete dort drauf, die ihr für so eine Installation von einem Desktop-System braucht. Könnt ihr auch machen und dann die Internetverbindung kappen. Gibt solche Sonderfälle, wo man sowas vielleicht auch nochmal haben möchte. Dann braucht ihr eine statische IP-Adresse in eurem Netzwerk, wie der M23-Server erreichbar sein soll. Die müsst ihr direkt dort eingeben und ihr braucht natürlich eine von Debian unterstützte Netzwerkkarte. Und wenn ihr in der Virtualisierungsumgebung seid, dann braucht ihr auch den Modus Netzwerkbrücke, damit sich der M23-Server innerhalb vom Netzwerk so verhält wie ein echter Server. Also, dass man über das Netzwerk quasi keinen Unterschied sieht, ist das eine virtuelle Maschine, die innerhalb von einem anderen System läuft oder ist das ein dedizierter Server. Von daher Netzwerkbrücke oder Bridge-Network oder wie auch immer es in eurer Umgebung heißen soll. Die Anforderungen an Festplattenplatz und RAM-Bedarf sind relativ gering, wobei sich der Festplattenbedarf mit den 25 GB, habe ich jetzt mal so gesagt, danach bemisst, wie viele verschiedene Pakete ihr auf euren M23-Kleinens installieren möchtet. Also, wenn ihr jetzt verschiedene Distributionen parallel installiert, dann habt ihr vielleicht für, ja, ich rate jetzt mal, für so ein Debian braucht ihr dann 5 GB reine Pakete, also wären schon mal 5 GB weg, dann sind vielleicht 5 fürs Betriebssystem weg und dann noch ein Ubuntu dazu installieren auf einem anderen System. Dann braucht ihr nochmal wieder 5, nochmal ein Linux Mint dazu und sowas läppert sich. Also, von daher 25 GB, würde ich sagen, reichen für die meisten Umgebungen. M23 ist jetzt nicht so anspruchsvoll, was jetzt Arbeitsspeicher anbetrifft. Von daher, mit einem GB kommt man ganz gut da zur Rande. Wenn das irgendwann knapp werden sollte, wenn ihr zu viele Systeme gleichzeitig installiert, dann dreht das ruhig ein bisschen höher. Genauso ist es auch mit CPU-Kernen zugewiesen. Mit einem reicht das normalerweise, aber wenn ihr jetzt wirklich massenweise Parallelinstallationen macht, wenn ihr jetzt 100 Clients oder irgendwelche anderen Systeme automatisch mit M23 auf einmal installieren lasst, dann braucht ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr und auch mehr CPU. Soviel erstmal Vorrede dazu. Gucken wir uns das Ganze einmal in VirtualBox, mache ich das Ganze, aber es ist relativ unabhängig von eurer Virtualisierung, die ihr benutzen könnt. Wenn ihr von dem ISO gebootet habt, werdet ihr Debian-typisch mit so einem Dialog hier begrüßt. Das kann ein bisschen anders aussehen, aber grob so ist es. Also, es gibt zwei grundsätzliche Installationsvarianten. Hier dieses Graphical Install und Install. Also, das erste ist, wie ihr Name sagt, grafisch und das zweite ist Textmodus. Weil das Ganze ein bisschen hübscher ist, nehme ich in Videos eigentlich immer dieses Graphical Install, auswählen, Enter drücken. Und das hier ist denn meine Spezialversion Debian 12 vm23. Und da als erstes, wie beim normalen Debian auch, Sprache auswählen. Ihr werdet höchstwahrscheinlich Deutsch wählen, denn das Video ist auch auf Deutsch. Von daher denke ich mal, dass ihr eher Deutsch bevorzugen werdet. Also, Continue und jetzt wird es auch schon Deutsch. Dann meinen Standort auswählen. Ja, wenn ihr jetzt in einem anderen deutschsprachigen Land sein solltet, wählt was anderes aus. Für mich ist es aber Deutschland. Weiter. Dann meine Tastatur. Ich habe eine deutsche Tastatur, eine ganz normale Standard-Tastatur. Wenn ihr was anderes haben solltet, wählt was anderes aus. Weiter. Normalerweise würde hier jetzt so eine Abfrage nach DHCP und sonst irgendwas kommen. Das habe ich deaktiviert, denn wir brauchen eine statische IP-Adresse für den M23-Server. In meiner Testumgebung gebe ich das mal vor. Also, 1 und 2, N6, 8, 1 und 23. Und ich kann hier mit dem Schrägstrich und 24 angeben, wie viele Bits meine Netzwerkmaske hat. Das entspricht hier 255, 255, 255.0. Also, es sind insgesamt 24 Bits gesetzt. Das ist so eine einfache Notation. Also, in sehr vielen Netzen werdet ihr Schrägstrich 24 haben. Dann einmal auf Weiter. Dann mein Gateway, also mein Router, über den ich ins Internet komme, ist bei mir diese IP-Adresse. Müsst ihr wissen und auch anpassen, wie ihr das bei euch habt. Und DNS ist bei mir derselbe Server. Dann geht es jetzt darum, ein Root-Passwort zu wählen. Nehmt dafür bitte was Kompliziertes. Also, am besten auch länger, als ich das mache. Ich mache das hier bloß einmal für Demonstrationszwecke und danach kommt die Filem auch wieder weg. Also, eingeben, weiter. Und jetzt müssen wir noch einen neuen Benutzer anlegen, der eben nicht Root ist und den wir verwenden können, um über SSH auf das System zuzugreifen. Denn wir können nicht direkt mit dem Root-Konto über SSH auf den M23-Server zugreifen, das ist blockiert. Also, ich nenne ihn jetzt mal M23-Admin. Weiter. Wie das Konto heißen soll, das heißt jetzt genauso. Und dafür brauche ich natürlich auch ein Passwort. Das müsst ihr natürlich auch besonders sicher machen. Und dann sage ich wiederum Weiter. Jetzt wird einmal über einen NTP-Server die Zeit abgerufen. Dann, ja, die Festplatte wird erkannt. Dann wird ein Partitionierungs- und Formatierungsschema berechnet. Und ich kriege jetzt bloß noch diese Übersicht, was da passiert. Hier könntet ihr jetzt noch anpassen, wenn ihr das anders haben wollt. Aber das ist so dieses einfache Schema mit einer Partition für Betriebssystemdaten, einmal für Swap. Und damit werdet ihr in einfachen Umgebungen wahrscheinlich auch schon zufrieden sein. Ihr könnt das hierüber auch noch anpassen, wenn ihr das machen möchtet. Oder ihr lasst es einfach so. Also, Partitionierung, Beenden und Änderungen übernehmen. Das ist auch vorausgewählt. Wenn ich jetzt nicht geklickt hätte, dann hätte ich hier auch gleich auf Weiter gehen können. Das System wurde jetzt partitioniert und formatiert. Und dieses Basissystem, was sehr, sehr schlank ist, wird auf die Platte entpackt. Das ist deutlich schlanker als das, was bei einer normalen Debian-Installation mitkommen würde. Auch wenn ihr da bei dem Konfigurationsdialog sagt, sagt, ich will eigentlich keine zusätzlichen Pakete mit haben, keine Zusammenstellung. Also kein Gnome-Desktop, kein KDE, kein Mato oder sonst irgendwas. Ja, also das hier ist deutlich schlanker und wirklich auf M23 zugeschnitten. Jetzt befinden wir uns schon quasi auf der Zielgeraden. Also sehr gleich wird die VM einfach einen Neustart machen und von dem System, was installiert wurde, hochfahren. Das ist jetzt der Neustart. So, das ist der Grub, der Bootloader. Nach ein paar Sekunden fährt er auch automatisch hoch, aber ich habe das jetzt mal kurz beschleunigt. Und ja, jetzt geht es auch schon los mit der Installation von M23. Also es wurde das Skript hier runtergeladen. Und jetzt werden die Pakete runtergeladen und konfiguriert und eingerichtet. Und das dauert noch ein paar Minuten. Nachdem das Ganze jetzt durchgelaufen ist, haben wir einen M23-Server. Der Login ist jetzt da. Also ich konnte mich jetzt auch anmelden. Ich mache das einfach mal. Und jetzt bin ich auf meinem M23-Server. Aber das ist ja eigentlich nicht die Methode, wie man den benutzt. Von daher gehen wir mal kurz in einen Webbrowser. Hier gebe ich jetzt einfach meine IP-Adresse ein, die von dem neuen M23-Server. Und dann kann ich mich mit den Benutzerdaten, die hier unten stehen, auch direkt anmelden. Und bin auf dem M23-Server. Ich kann den auch noch umstellen auf verschlüsselte Verbindung. Allerdings ist das SSL-Zertifikat selbst signiert. Von daher wird es vom Browser nicht unterstützt. Von daher muss ich hier je nach Browser sagen, dass ich das doch möchte. Also hier bei Firefox Risiko akzeptieren und fortfahren. Ja, nochmal neu anmelden. Und dann bin ich auf meiner M23-Oberfläche. So einfach geht's. Ja, das war's denn für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ihr mal einen M23-Server aufsetzen möchtet, könnt ihr einfach dieses Video nochmal angucken. Und in einer Virtualisierungsumgebung oder auf direkt Blech einen M23-Server installieren. Wenn ihr irgendwie Dienstleistungen, Anpassungen, Administrationshilfe, Paketierung oder sonst irgendwas brauchen solltet, könnt ihr euch natürlich an mich wenden. Denn ich biete Dienstleistungen zu M23 und einem möglichen anderen, was mit Linux und Open Source zu tun hat, an. Ansonsten macht es nach. Macht es nicht nach. Ja, wir abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020